Jo was geht ab? Willkommen zurück zu Trails of Mana Ab durch die Mitte Oh, warte mal Dann gehen wir mal weiter, kommt direkt Sequenz Nun Altenia ist ja alles Das gibt eine persönliche Frage, die ich fragen könnte Ich muss zu meiner Mutter Dann kann ich eigentlich gleich durchlaufen Denn in Altenia habe ich nichts mehr offen Oh, Angela, wir haben uns ja eine ganze Weile nicht mehr gesehen Wo warst du? Äh, Mutter, ich wollte dich was fragen Hast du irgendwelche Informationen über die Weisheitskugel? Wo hast du denn davon gehört, Angela? Die Weisheitskugel ist ein Schatz, der seit Generationen in der königlichen Familie von Altenia weitervererbt wird Aber ich fürchte, dass die unglaubliche Kraft, die sie einst hatte, im Laufe der Jahre weitestgehend verschwunden ist Hm, ihre Kraft ist verschwunden, aber das bedeutet Ja, sie gewährt einem nicht mehr die Fähigkeit, Klasse 4 zu erreichen Allerdings kenne ich eine Möglichkeit, der Kugel ihre Magie zurückzugeben Eine einzige, wohlgemerkt Du musst die Königin in Prüfung unseres Magierreichs absolvieren Daran führt kein Weg vorbei Doch sei gewarnt, dass es noch niemand geschafft hat, diese Prüfung zu bestehen Seit die Weisheitskugel ihre Magie verloren hat Selbst ich nicht Die Prüfung war zu schwierig für dich, Mutter Ja, ich hatte es schon fast aufgegeben, die Kraft der Weisheitskugel wiederherstellen zu wollen Dann werde ich mich der Königin in Prüfung stellen und ich verspreche, sie abzuschließen Angela, selbst ich konnte eine derart anstrengende Herausforderung nicht verkraften Das ist mir egal, ich muss es tun, ich muss meine Magie auf die Probe stellen Nun gut Um die Königin in Prüfung zu beschreiten, musst du zum Eislabyrinth zurückkehren Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Pforten der Prüfung offen stehen Danke, Mutter Ich verspreche dir, erfolgreich zu sein Angela? Ja? Aus deinem Blick spricht eine Stärke, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe Du hast dich wirklich gemausert, meine Tochter Danke, Mutter Ich gehe dann jetzt Eislabyrinth, da habe ich auch nichts mehr offen Komm So Eislabyrinth ist doch gleich hier Rostfolgenfelder. Da muss ich ein bisschen laufen. Erstmal durch die Felder zum Labyrinth. Was haben wir hier? Uh. Oh, direkt davor. Warte mal, haben die noch was Neues hier vielleicht? Komm schon. Du hast die Bewerbungen gesammelt, ne? Nein. Du kommst wieder, ne? Tschüss. Ach, das war das hier. Ja, ich kann mich erinnern. Mit der Blume da. Hier haben wir ja, glaube ich, die erste... Hey, war dieser Eingang treuer auch schon hier? Das müsste Eingang zur Königinnenprüfung sein, die meine Mutter für mich geöffnet hat. Keine Sorge, Mutter. Ich schaffe das auch alleine. Gehen wir. Alleine und dann gehen wir? Muss ich mitkommen, oder was? Oh, erstmal Lux. Ja, nee, Schokolade. Oh, Blauenstück. Ach so. Ach so. Ich bin gerade an die Forrest erinnert, weiß gar nicht warum. War irgendwie ein bisschen so wie in einer Forrest-Höhle aus. Eigentlich nicht, aber hat mich daran erinnert. Äh, ich kann hier drin gar nichts sehen. Was ist die Königinnenprüfung überhaupt? Leute, warte. Da vorne ist was. Bin ich das? Die Königin und sieben, die steht also da, um sich selbst zu bezwingen. Na schön. Das schaffe ich. Ich kann besser sein als ich selbst. Ich kann sogar besser sein als meine Mutter. Das ist meine Chance und ich werde sie mir nicht entgehen lassen. Okay. Okay. Oh, Scheiße. Kann ich mich nicht mehr heilen jetzt. Verdammt. Boah, das wird schwierig. Was ist das? Das mache ich doch. Das kann ich gar nicht machen. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Warte, ich muss gucken, welche Attacke ist denn... Das ist doch Quatsch alles. Oh mein Gott. Hey, was ist das? 12, ne? Was gibt's mir noch richtig... Boah, Schaden. Das war gut. Aber ich bin dann immer gestunnt. Ist doch schlecht. Ich bin dann nur noch nicht. Nein, doch nicht jetzt. Nein, doch nicht. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich mich ausgemacht habe, also total verpeilt. Was ist denn das? Ein Dreck. Deswegen verkackt die auch immer. Das war hier ein Cut und im nächsten Part nochmal die Scheiße. Haut drin bis dahin. Tschüss.